Ja Freunde, und dann haben wir, wie gesagt, unter anderem das Essenz-Pack am Start. Das versteckt sich bei den Promo-Packs und guckt da mal unter meiner Facecam, wie geil dieses Pack einfach aussieht. 100.000 Münzen sollen wir dafür hinlegen, 1.500 FIFA-Points. Ich werde das jetzt für den Content für euch gleich hier öffnen. Es enthält folgendes, und zwar 20 seltene Goldspieler und 3 davon sind garantiert 84 oder höher geratet. Zusätzlich haben wir außerdem eine falsche Positions-Player-Pick-Geschichte, und zwar sieben Spiele-Leihspieler-Player-Pick am Start. Weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnt, deshalb wollen wir das gemeinsam herausfinden. Lohnt sich das Ganze oder nicht? Das ist die große, große Frage, und deshalb würde ich sagen, gehen wir drauf und wollen es gemeinsam öffnen. Diesmal nicht mit Coins, wie das beim letzten Mal am Start war, sondern wir nutzen jetzt mal hier die FIFA-Points und wir hoffen auf... Perfekt. Immer noch kein Out-of-Position-Spieler. Das kannst du halt keinem erzählen. Sergio Busquets aus diesem Pack. Das Gute ist, es ist zumindest tradable. Ja, aber das ist natürlich absolut... Bitte, da guckt es euch an. Also das ist ja wirklich bodenlos. Bodenlose Frechheit. Und dann bekommen wir sowas. Also Freunde, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen will. Also Pilegrini Mount. Also die kosten doch alle nichts mehr. Also da bin ich gerade wirklich schockt. Und im Endeffekt, ich bin sprachlos, Freund. Lasst die Finger weg von diesem Pack auf jeden Fall. Macht es bitte, 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 bitte nicht auf. Tut mir den Gefallen, lasst es einfach. Lasst es. Dankeschön dafür und... Oh mein Gott. Ich bin gerade wirklich... Keine Ahnung. Ich bin schockt.